Betty und Christian jetzt einmal kreativ durchatmen und dann starten wir mit der Verkostung bei Hattrick. Ich habe euch heute Karamell-Mustörtchen mitgebracht mit einer Karamell-Mirror-Glaze auf einem Mürbeteig mit einem Apfel-Karamell-Komportkern. Auch bei der Dekoration hast du dich für Karamell entschieden. Das passt auch, finde ich, zu diesen Törtchen. Man sieht da drunter den Glanz, vielleicht beim Rand noch so ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit und Perfektion. Du hast fünf starke Konkurrenten und es geht darum, wirklich so das letzte I-Töpfelchen zu zeigen an Perfektion. Und das sind dann manchmal so Punkte, wo man schnell Punkte wiedergutmachen kann. Es ist wirklich wunderschön von außen. Dankeschön. Sehr schön sauber gearbeitet. Ich habe hier drin den Kern. Und vor allen Dingen bei der Mürr-Glaze scheint die Konsistenz sehr gut zu sein. Es hat sich nicht weggezogen. Ich bin da auf den Geschmack sehr gespannt. Die Mousse hat die perfekte Konsistenz. Das hat alles nochmal gut funktioniert. Und dann der Kern. Man sieht es ja jetzt auch noch im Anschnitt mit den Äpfeln. Da hast du nicht gespart. Du hast den Apfel auch nicht zerkocht. Der hat noch wunderschönen Biss. Also geschmacklich ist das schon mal ein sehr, sehr guter Start. Danke. Geschmacklich auf jeden Fall Karamell im Vordergrund. Wird unterstützt von den Äpfeln. Die sind jetzt wirklich genau auf dem Punkt richtig präsentiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch du hast dich für Törtchen entschieden. Sieht sehr gleichmäßig gearbeitet aus. Mir gefällt auch tatsächlich, dass man hier sehr gut die Backfarbe erkennen kann. Und ich finde auch diesen Klecks sehr clever. Das gibt diesem doch sehr zurückhaltenden Design so das gewisse Extra, dass man genauer hinguckt. Der Anschnitt fast schon puristisch, sehr schlich, aber sauber geschichtet. Konsistenz von der Mousse stimmt. Und dann kann ich hier unten diese Fruchteinlage sehen. Ich glaube, es war ganz lecker. Ja, allerdings muss man sagen, Vorsicht beim Salzen. Also wenn man die Soße pur probiert, dann ist es schon sehr, sehr salzig. Der Biscuit ist hervorragend gebacken. Mandel ist da, die Fisalis ist da, aber Karamell ist flüchtig. Ich glaube, ich hätte aber tatsächlich mehr von dieser Karamellsoße noch irgendwie untergebracht. Dann kommt auch dieser Karamellgeschmack noch ein bisschen mehr raus. Vielen Dank. Danke euch. Wir haben eine sehr exakt eingestrichene Torte mit einer hammermegamäßigen Kante. Oben die Dekoration gefällt mir gut mit diesen Früchten. Und ich finde, du hast auch von der Farbgebung sehr schön mit diesem Karamellton gearbeitet. Was mir richtig gut gefällt, ist dieser wahnsinnige Glanz von dem Karamell, der oben drauf ist. Großes Kino. Es sieht sensationell aus. Der Anschnitt, genauso schön gearbeitet wie draußen. Ich sehe hier die Böden. Relativ dünn eingestrichen fein hier außen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du hier oben diesen flüssigen Karamellkern reingemacht hast. Super lecker. Aber hier unten ist fast gar kein Karamell vorhanden. Also von der Aufteilung her gucken, dass das nochmal nach unten kommt. Zumal der Karamell einen schönen Geschmack hatte. Also der war gut gekocht, hatte ein schönes Aroma, nur ein bisschen mehr davon. Ich finde die Idee gut, auch eine Tat zu machen. Und bei der Tat achte ich natürlich als allererstes mal so auf den Rand. Hier gefällt es mir gut. Und dann wird es hier so ein bisschen wilder. Es ist halt nicht ganz gleichmäßig geschnitten. Oh oh. Alter Fahrräder. Ich habe eine Nummer von einem sehr guten Zahnarzt, Christian. Ich wollte gerade sagen, kann ich irgendwo gerade noch eine Zahnzusatzversicherung abschließen? Nimm mal den Ständer weg. Oh oh, es tut mir so leicht. Hatten wir lange nicht mehr. Das Karamell ist stabil, es läuft nicht aus. Schoko-Ganasche ist jetzt nicht ganz flüssig, aber man sieht, dass sie tatsächlich immer noch ein bisschen weich ist. Sie hält aber auch gut auf dem Karamell. Man muss es lutschen. Man kann es nicht essen. Also kann es nicht kauen. Es zählt ein bisschen, ne? Ein bisschen. Wenn das Ding kocht wie Wäsche, dann ist die Feuchtigkeit irgendwann weg. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die dunkle Schokolade bei dir den Karamell erschlägt. Dadurch, dass der Karamell aber diese sensationelle Konsistenz hat, negativ gesehen, ist der Karamell tatsächlich geschmacklich stärker als die Schokolade, weil die obendrauf viel zu flüssig ist. Also das heißt, alle Texturen sind nicht so, wie sie hätten sein sollen, weil das tatsächlich Mürbe vom Mürbteich unten drunter geht auch unter durch die Textur vom Karamell. Und scharf war es bei mir jetzt auch nicht. Nachjustierbar. In allen Punkten. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Auch du hast dich für eine Torte entschieden. Schon fast ein bisschen klassisch mit diesen Tupfenrumen drauf, die mir als allererstes ins Auge fallen, weil sie wirklich schön gleichmäßig auftressiert sind. Sie haben eine gute Konsistenz. Und hier beim Karamell ein bisschen dunkler. Ich freue mich sehr auf die Kombination, die ist sehr ansprechend. Handwerklich alles richtig gemacht, auch hier drin. Hier sieht man jetzt die Böden, man sieht die Cremes, gleichmäßig verteilt. Das ist geschmacklich schon mal eine Hausnummer, du. Also, puh, es ist richtig geil, weil das einfach in sich so geil ist von den Texturen her. Der Karamell ist von oben nach unten in verschiedenen Facetten da. Wenn man etwas finden möchte, dann vielleicht, dass die Banane geschmacklich eigentlich gar nicht da ist. Aber ich muss wirklich sagen, scheiß auf die Banane. Die braucht man in dem Fall tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Handwerklich, innen wie außen, einfach genau auf dem Punkt gearbeitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben deine Drips auch so ein bisschen gelitten. Also, Karamell war einfach zu fest für einen Drip. Es lief nicht wirklich. Optisch vielleicht nicht dein starkster Kuchen, aber ich bin sehr auf den Geschmack gespannt. Ich habe hier die Böden gleichmäßig. Dann zieht sich so beim Anschneiden der Karamell so ein bisschen runter. Drin, wie gewohnt, sehr gut gearbeitet. Ich glaube, er mag es. Ich fasse mich kurz. Ich sage es jetzt einfach. Das Ding ist für mich Porno. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich glaube, ein ganz großer Anteil sind diese Bananenböden, die eine sensationell gute Konsistenz haben. Damit können Kalorien auch nur glücklich sein auf der Hüfte. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Yeah!